Komm mal! Soh mal! Wir wollen unsere Disco-Kubel machen! Wir müssen unsere Disco-Kubel noch füllen! Ja, aber du hast einmal so... Er hat jetzt ein halbes Jahr nichts gemacht, weißt du? Ein Training und ein bisschen Pause. Das ist ja natürlich, das muss man einfach sein können, du! Das ist das zweite Mal, wie wir das im Bereich...